Yo, hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel, die obercoole Firma Haustechnik Vosswinkel mit einem neuen Video. Ich begrüße euch und wollte mal einen auf cool machen. In diesem Video geht es mal um ein paar Neuigkeiten, um zwei kleine Informationen, die aber glaube ich spannend für euch sind. Ihr Lieben, es hat jetzt ungefähr fünf Anläufe gebraucht, um hier zu versuchen, einen auf cool zu machen. Yeah, yo, 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 heute mal in cool. Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel mit einem neuen Video vom obercoolen Rapper Martin. Warum soll man sein, was man nicht ist? Ich bin halt einfach der Sohn eines Lehrers und das bleibt einfach auch so und wird sich immer so in allen Videos durchsetzen. Ihr Lieben, ich habe zwei Themen für euch mitgebracht, die für uns, aber ich glaube auch für euch von einiger Relevanz sind. Es geht zum einen nochmal zurück auf das Video, was ich gemacht habe mit dem Kollegen Andreas von der Firma Weiland. Um dieses Berechnungstool der Investitions- und Betriebskosten einer Wärmepumpe. Ich habe unfassbar viele Rückmeldungen bekommen. Ey, darf ich dieses Tool haben? Bitte, bitte, bitte. Sowohl von Menschen, die ich kenne, als auch von mir fremden Menschen aus eurer Community, aus unserer Community. So wäre es richtig. Die haben mich alle erreicht. Ich habe mich total gefreut darüber, hatte aber auch ein bisschen Ärger mit der Firma Weiland, weil sie etwas nicht oder nicht mit etwas in Verbindung gebracht werden wollten, was nicht von denen geprüft war. Und das war es auch nicht, habe ich in dem Video ja auch gesagt. Es handelte sich dabei um ein selbst hergestelltes Tool eines Mitarbeiters der Firma Weiland. Und demzufolge war das natürlich nichts Offizielles. Ich habe diese Kritik entgegengenommen und habe der Firma Weiland empfohlen, dann macht doch etwas Offizielles draus. Und mit einer tatsächlich unfassbar schnellen Umsetzungsgeschwindigkeit, für die ich mich an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanke, ist es auch tatsächlich soweit gekommen. Das heißt, an alle Kollegen von mir oder von uns da draußen und an den Bildschirmen, im Weiland Fachpartner.net gibt es jetzt im Bereich des Schnellauslegungstools ebenfalls eine Betriebskostenanalyse, die es euch möglich macht, da entsprechend Eingaben zu machen und diese Graphen, die wir im Video vorgestellt haben, auch zu bekommen. Ihr könnt das Ganze als PDF verschicken oder ausdrucken und dem Kunden zur Verfügung stellen. Ist ganz gut gemacht. An dieser Stelle nochmal ein bisschen nacharbeiten für die Übersichtlichkeit, glaube ich, wäre ganz nützlich. Aber von der Grundfunktionalität ist alles da, was wir euch in dem Video kurz nach Weihnachten auch vorgestellt haben. Jetzt noch zur zweiten und aktuellen News. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass das Thema Förderung von neuen Heizungsanlagen, GEG bzw. BEG, nicht mehr vom BAFA, also vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, sondern jetzt von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, vorgenommen respektive beantragt, genehmigt, ausgezahlt wird. Dieser Wechsel, warum auch immer der nötig war, da enthalte ich mich jetzt mal meiner Meinung, hat natürlich nötig gemacht, dass die ein komplett eigenes digitales Beantragungstool bei der KfW brauchen. Da es ja keinen Sinn macht, Bestehendes, was vielleicht funktioniert, zu übernehmen, hat man sich gedacht, ach komm, wir machen das einfach neu. Und jetzt überlegt mal, seit dem 01.01.2024 kann man diese Förderung beantragen. Aber wo? Geht nämlich nicht, das digitale Tool ist nicht fertig. Jetzt hat die KfW sich überlegt, okay, was ist das Wichtigste, was machen wir zuerst? Und hat jetzt veröffentlicht, also es könnte sein, dass wir am 27. Februar in der Lage sind, Förderanträge entgegenzunehmen. Könnte sein, muss aber nicht sein. Können wir dann schon Hybridanlagen? Ah, wissen wir auch nicht. Also es ist relativ in der Schwebe, was die Entwickler und Programmierer bei der KfW bis wann fertig bekommen. Ihr könnt euch sehr gut vorstellen, und das verstehe ich auch absolut, dass sämtliche Anfragen, die hier bei uns eingegangen sind, ungefähr seitdem dieses Thema aufkam, mit der Neufassung des BEGs, dass seitdem die ganzen Anfragen auf Halde liegen. Das heißt, hier bei uns staupeln sich die Anträge von Menschen, die eigentlich sagen, ja, wir würden eine neue Heizung nehmen, aber ohne, dass das mit der Förderung geklärt ist, machen wir das nicht. Und das ist auch nach wie vor noch so. Das heißt, im Moment ist es ja so, dass der Kunde sagt, ja, machen wir. Wann kann ich denn den Förderantrag stellen? Und wir sagen, ja, vielleicht am 27. Februar. Das ist kacke für alle Beteiligten, weil da ja auch Menschen dabei sind, deren Alte Heizung nicht mehr funktioniert. Deswegen bin ich den Hasen wiederum sehr, sehr dankbar, die jetzt Folgendes gemacht haben. Das Weiland-Förderversprechen gab es auch früher schon, ist im Wesentlichen darauf ausgelegt, dass, wenn ein ordentlicher Antrag gestellt wird, der dann aus welchen Gründen auch immer abgelehnt wird, von der Firma Weiland übernommen wird. Das heißt, die Firma Weiland springt für die Förderung ein, sollte es auf offiziellem Wege kein Geld geben. Das hat damals immer so funktioniert, dass man denen beweisen musste, dass man einen ordentlichen Antrag gestellt hat, der auch ordnungsgemäß beim BAFA eingegangen ist. Das geht aktuell nicht, weil bei der KfW das Portal noch nicht fertig ist. Jetzt haben die Hasen das Ganze ausgeweitet und haben gesagt, okay, wenn ihr, seit letzter Woche Donnerstag, seit dem 1. Februar, wenn ihr hingeht und einen entsprechenden Förderantrag vorbereitet, das geht dann auch wieder über eine gewisse Art und Weise, dann reicht uns, reicht das der Firma Weiland als Garant dafür, dass man die Förderung, wenn dann, über Weiland am Ende bekommen kann. Das heißt, ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh, dass wir auf diesem Wege, aber wir werden unsere Kunden auch noch anrufen, euch allen mitteilen können, also bei uns, bei Haustechnik Vosswinkel, kann man seine Förderung schon garantiert bekommen, auch wenn das Portal der KfW noch nicht fertig ist. Wir haben auf unserer Webseite im Bereich Heizung, da gibt es einen Download-Bereich, haben wir die entsprechenden Informationen der Firma Weiland, also die Bedingungen quasi eingestellt und ihr könnt sie euch da runterladen und sie nutzen. Aber natürlich steht euch auch die Möglichkeit zur Verfügung, bei uns eben anzurufen, insbesondere dann, wenn ihr einer der Kunden seid, die schon ein Angebot vorbereitet haben. Also, das waren die beiden News, die ich euch mitteilen wollte. Das ist für diese Woche vielleicht ein bisschen dünn, aber es war mir wichtig, dass ihr diese Inhalte und Informationen auch bekommt. In diesem Sinne, liebe Leute, eine frohe Woche, eine schöne Woche. Nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr versuche ich wieder, cool zu sein. Yo, man! Das war völliger Humbug. Also, macht's gut. Tschö!